Schuss! 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 Ja, schon! Ja, schon! Der war wichtig, sehr wichtig, aber ist noch nicht vorbei. Nein, 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 pass auf, pass auf, pass auf, ey! Ja, der weiß sich, hat uns einen. Jetzt ist es regulär, 45 Minuten, ja, ist schon abpfiffen, schweig. Bravo! Bravo! Sauber! Sehr schön, den hat er nicht mehr gesehen. Nichts verlieren. Ja, und auch die Torstszene und dann ist zwei. Tor! In der 20. und in der 40. ungefähr ist der Ball zweimal bei einem 5 Meter vorbeigeholt. Aha! Und er hat so zugeschaut und das ist nämlich sein Problem, er rennt nicht raus. Okay, schreib mir das bitte nur einmal. Aha! Weil die hätten nämlich zwei, weißt du, wenn der Doma da steht und der Wolfgang da vorbeigeholt. nicht. Nein. Oder zum Ausdrehen. Ja. Mach' ma! Ja. 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 Ja, ich verstehe es. Wie so? Weil sie sich wieder zurücksetzt haben. Das Bienvenido bei einem beim 1. Klasse blockieren. Sully! Sully, Hüfter! Ivan, Hüfter! 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 Ivan, Hüfter! 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 Ich weiß, dass ich normalerweise muss ihn noch nehmen, oder? O,O! Csack! Csack! Sack! Hüfter! Hüfter! Muht! Scherse, oder? Du, ist hier während der Kelien hast du, oder ich Fisk? Häh? Wocha! Wocha, komm! Wer schießt denn? Wer schießt denn? Wer schießt denn? Ich habe schon einen Wochner. Bravo! Ohhhh! Was ist denn da? Ja, gut. Passt schon, Passt schon. Komm, komm, komm. Komm, komm. Langsam, langsam, Bursche. Spiele, spiele. Martin, du stehst, du stehst. Ja, ja, stell uns. Und der Thomas. Und der Dürer. Was? Ja, 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 ja.